Hier, wer ist das hier, wer ist das hier? Ich bin hier ein Blitz. Ich bin auch ein Blitz. Was greifst du mich jetzt an hier? Wir fliegen, glaube ich, hier alle vier rum. Das sind alles wir vier hier gerade. Okay, gut. Also wir seien das hier. Ich glaube, man müsste seine Drachen mal wirklich komplett gelb anmalen. Ja, dass man das einfach weiß. Stehen da schon Turrets bei euch? Ja, da steht ein Turret, der schließen kann. Der kommt wieder angeflogen, Arda. Der hat mich. Dann laser ihn, laser ihn. Ich will da nicht hin wegen den Turrets. Hat er dich gegrabt? Wo hat er dich hingeschmissen? In certain things. Ein Fahrer gerade nach unten hier. Könntest du mir einen Drag bringen? Achtung, der kommt wieder. Welcher ist das? Welcher ist das? Der Erste, der Zweite? Hier ist ein Drache. Die sehen gleich aus. Hier war ein Drache nicht auf Passiv, Adrian. Wo ist dein Drache? Ich weiß nicht, welcher welcher ist, Leute. Ja, ist egal. Alter, ich sehe nichts. Die beiden Feuerdrakes sehen gleich aus. Ich habe meinen nicht. Er hat mich nochmal gehockt. Welcher ist denn das hier von denen? Oh, fuck. Ich droppe all Items. Ich kann nicht. Ist das der hier? Der über uns? Boah, die haben jetzt viele Turrets und Turret-Armor. Oh, scheiße. Ist das der hier? Hat er dich gekillt oder hat er dich... Wie sind das hier? Wo hat er dich gebroppt? Turret, der hat mich mit seinem Drake in die Base geflogen und gekillt. Was machen wir? Soll ich nur die Korresponde bauen? Ich mach mal, ja. Wegraben können. Also jetzt haben die richtig aufgestockt. Jetzt haben die 10 Turrets mehr und hast du nichts. 20. 20 Turrets mehr. Ach, die Scheiße. Ja, was soll man machen? Adrian hat ihnen gerade 20 Turrets und dazu 100 Schuss jeweils gegeben. Wie? Adrian hatte gerade an sich am Körper 20 Turrets. 2000 Schuss. Wir können uns echt da hinsetzen. Wenn wir zu 4 snipen, das sind 4.000 Leben pro Magazin, dann kriegen wir da bestimmt 3, 4 Drachen einfach weg. Kriegen Poison, Breaks und Breaks? 4 damage zu Feuer? I don't know. Nimm lieber eine Fabricated Sniper. Also, ich wurde zweimal angezündet von ADN und hab Full Life. Also, das hat sich verdammt... Mein Leben hat 1700 ein bisschen. Mein Leben hat 1300 Drache. Ich dachte, 1300 Leben. Ja, du hattest es am Ende richtig gesagt, aber am Anfang hat es irgendwie andersrum eingeleitet. Mein Leben hat... So, ich komme jetzt mit einem... Der fliegt diesen mit Feuerdrachen da, ne? Jawohl, Alter. Der Drache frisst aber von denen ein bisschen. Wo bist denn du? Dann komme ich... Also, man kann gerade auf deren Base gucken. Also, auf einem Felsen einfach. Dann suche ich mir jetzt auch einen Felsen. Ich habe mir jetzt zwei Snipers eingepackt. Das ist verdammt gut, weil du kannst dich immer rückwärts laufen und dann können die dich nicht mehr treffen. Ja, die werden einfach kommen irgendwann und dich da weggraben. Aber bis es soweit ist, ich nehme jetzt jetzt zwei Snipers mit. Ja, die sind halt mit allen, die in Drakeset drin sind, wenn da einer mit ihnen angeflogen kommt. Ja, die sind halt schneller. Das ist das Einzige, wo ich mir Sorgen machen würde. Aber ich komme jetzt auch und probiere da. Wir müssen uns da nur auf Drachen einigen. Und dann probiere ich da auch ein bisschen. Wie viele Magazine kann ich pro Fabricated los? 70. 70 Magazine? Äh, 70 Schuss. Glaube ich. 70 Schuss. Ich habe eben getestet, ein Magazin mit der Fabricated macht 1000 Damage. Also wenn wir uns hier zu viert hinsetzen, dann können wir die Drachen einfach dezimieren. Haben wir zwei Fabricated Snipers, Alex? Nicht nur zwei in den Mermit. Die haben gar nichts, wenn wir die letzten zwei, drei Tage online gewesen wären. Von mir aus, aber wir haben nichts. Was fehlt uns dafür? Wir haben nichts, Adam, dafür. Wir haben kein... Wir haben einfach gar nichts. Ja, die machen jetzt alle Drachen hinter deren Base. Kannst du die treffen? Glaubt ihr, es soll Ralfield Springs auch? Weiß ich, ob wir die range haben. Boah, die zwei Poison Dricks von denen sind so low. Kannst du die noch sehen, noch treffen? Mit Glück, ja. Weil ich finde keine Position. Ich möchte dich halt nicht vielleicht genau zu dir hocken. Wir brauchen nur Polymer, dann können wir die bauen. Mit was schießen wir denn? Mit coolen. Können wir was machen? Irgendwo hier ist Gampau da und Charcoal noch und sowas. Dann Gampau da halt nicht für eine Lüge. Ne, dann schau mal in der... Oh, was war das für ein Geräusch? War das nur bei mir so? Bist du da gerade gelandet? Ja. Okay, ein ganz klein wenig Gampau da ist noch da. Und hier ist ein Känguru voll mit Charcoal. Ich sehe die übelsten Low-Drachen. Ja, dann machen wir halt nichts anderes, als den hier doch mal wegzuballern. Hinter deren Base. Ich sehe die hier. Oh, oh. Der eine will wegfliegen. Holst du kurz ein bisschen Pult? Hol die mehr? Ich habe keine Ahnung, wo die Kettensäge ist. Ich mache einfach die Money. Ja, ja gut, dann hole ich die. Der fliegt weg und sucht. Da mach du auch noch ein bisschen Gunpowder, ja? Ja. Verstehe, lassen wir mal zurückziehen hier, dass die uns jetzt nicht hier wegwipen. Hau nochmal ab. Und dann kommen wir gleich. Ja, ich habe es gesehen. Und dann kommst du gleich und dann machen wir das zu viert. Ich hole auch noch eine Sniper. Ich habe, glaube ich... Fliegst du gerade hier weg? Ja, ja. Ich hole auch noch mehr Money, noch mehr Sniper. Aber da sind wir wieder beim Thema, dass Grabben extrem schwul ist. Ja, deswegen wollte ich es doch ausschalten. Ich habe hier noch ein paar... Ich habe hier fünf Sniper. Ja, keine Ahnung, wenn man sich ausschalten kann, dann kann ich... Ich habe Charcoal ohne Ende. Ich kann richtig... Ich kann richtig viel Gunpowder machen. Gunpowder habe ich auch so viel, aber... Ich habe nur kein Eisen, scheiße. Gar keins. Ich glaube nicht. Warte, ich gucke mal ein Smithy. Aber das kann man eigentlich auch vermeiden, ne? Wenn du jetzt nur drei Turils im Inventar gehabt hättest, anstatt alle. Und die ganze Munition, dann wäre das nicht passiert. Jo, so. Jo, jo, jo. Gunpowdercrafted durch. Wenn ihr Money braucht... Ich habe jetzt... Ich mache gerade auch ein bisschen. Ich habe jetzt... On Must. Und eine Sniper oder zwei kann ich auch noch abdrücken. Kennt ihr nicht On Must? Nee, das kann man auch eigentlich nicht kennen, das ist ein Insider. Also, ihr beide kennt On Must. Dann nehme ich mal alle mit einfach, ne? 200, 250. 250 habe ich. Und eine halbe kaputte Armbrust. Ich habe schon drei, ja. Und wie viel Schuss hast du? Noch null. Okay. Ich kann einen Schuss mitnehmen. Für euch mit. Ja, wenn es bei euch einen Engpass gibt. Haben wir nicht. Ich habe nur nicht nachgeguckt, wo. Okay. Ich habe jetzt... 100, 200, 300, 400. Es kommen noch mal. Ich habe am Ende 600 Schuss. Du kannst 210 verschießen? Ich kann. Wenn man... Wenn das stimmt mit 7, dann kann ich 7, 14, 21... 8... Dann kann ich 280 verschießen. Ich habe jetzt schon 479 im Inventar. Ja. Also, ich bringe was mit. Boot euren Stuff dann, soweit es geht, in den Drachen. In euren. Ich habe immer nur einen Sniper dabei. Und wenn die genau da... Passiv. Und wenn die... Das war sowieso das Schlimmste, dass der neutral war. Bei uns. Da war richtig abgefuckt. Warum war der neutral? Hier ist ein Poison Drake. Keine Ahnung. Ich habe den Spieler, glaube ich, getroffen. Nein, nein, bei meiner Base. Bei meiner Base fliegen die jetzt rum. 500, 600. Ich habe jetzt 7, ich habe jetzt 800. Soll ich dann auch so ein Tower-Ding? So ein... Ich guck mal, ob ich mir das selber machen kann. So ein... Turret. Die Munition ist jetzt... Hier, in dem Safe, wo ich dran stehe, kannst du ja nehmen. Nimm aber nicht alles, weil sie sind ein bisschen mehr geworden ausgesehen. Welchen Safe? Wo stehst du denn dran? Äh, ich bin safe da unten. Äh, hier. Ja. Okay, ich baue mir auch so ein Turret-Ding. Ja, dann baut sich jeder so eine kleine Station quasi. Und ich nehme 8 Sniper mit, Alter. Ne, 7. Warte, 1, 2. Aber die, okay, die sind halb kaputt hier. Ja, die sind doch halb kaputt teilweise schon. Da kann ich meine Base abreißen. Ja, dann go, go. Ja, so sieht das aus, wenn man, äh, arbeitslos ist, boy. So eine andere Welt. Oh, nein. Jetzt stehst du morgens... Mach noch Werbung dafür. Stehst du morgens um halb elf auf und spielst bis nachts um sieben. Irgendwas muss es ja bringen, oder? So, jetzt die Frage, welche Turrets packe ich ein? Warte, wie sieht es eigentlich mit Klamotten aus? Magst du gar nicht, ne? Ne, ich bin jetzt nackt rum. Ähm, wir müssen in Tribe gehen, Baggerfahrer. Müssen? Ja, müssen nicht, aber das wäre schon gut, glaube ich, jetzt für den Raid. Komm, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Äh, über dir. Rechts, jo. Hast du all dein Zeugs? Ja, alles, was ich brauche. Weil dann kannst du unter meinem Tower stehen, Turret-Dings, und die wandern dich nicht ab. Sandsturm, Sandsturm, Sandsturm. Gut, dann bleiben wir einfach hier stehen, während dem Sandsturm. Was machst du? Achso, du drobst das Unwichtige. Ja, schützieren und... Dann vergiss nicht. Ne, es ist kein Sandsturm, was machen die Boys? Wenn das Gewittersturm ist, geht dann wäre GG. Ja, wenn, hoffentlich... Ne, dann können wir die Türme auch nicht aufstellen. Kannst du mir kurz zwei Pilze geben, ich war Hunger? Ja, ne, war ein Scherz. Warte, absteigen. Die buddeln nicht, die machen so'n Brrrrrr. Regen? Ne, Regen. Buddeln ist Hitzewelle. Die buddeln nicht. Ich glaube, es ist Sandsturm. Danke für die Pilze. So, dann Drachen unclaim. Und noch nicht claimen, ist ja klar. Ich claim den dann am besten, dann ist der nämlich schon mal in meinem Tribe. Das weiß, glaube ich, Sandsturm. Das ist schon der dritte, weil ich hab die beiden anderen nicht verrecken lassen. So, hab dich verarscht. Danke für den Drachen. Ne. Und jetzt musste... Ist das ein Spieler? Ne, ist nur ne... Zum Glück. Jetzt musste dein Tribe verlassen. Oh Gott. Ja, deswegen ist es wichtig, dass Ute Admin ist. Sehr gut. If Tribe. Hast du? Ist der Drachen schon unclaimed? Ja. Und dann Recruit to Pubertenhausen. Einmal Recruiten. Also einmal annehmen. Nicht Merchen, falls es da noch irgendwie stehen sollte. Nur... Jawohl. Und jetzt... Jetzt... Okay. Ne, jetzt warten wir erst den Sandsturm ab. Und dann bauen wir uns da Sneaky da. Am besten da, wo du gesniped hast. Bauen wir uns dann... einen Turret Tower. Am besten auch so, dass die... Ne. Dann am besten, äh... Bauen wir den... Naja, wie soll man den Turret Tower bauen? Lieber so, dass die... Den sehen können. Also richtig auf der Kante oder so, dass die erst abgeballert werden, wenn sie da sind. Ich würde ihn so bauen, dass sie ihn erst gar nicht merken. Und wenn sie dann ankommen, dass sie dann weggepumst werden halt. Oh. Bin echt gut gelandet. Ich nicht. Okay, ich baue jetzt vom Drachen aus. Okay. Siehst du auf den Typen, da sitzt ein Typen, ne? Ja, ich habe ihn zwei jetzt gegeben. Der hat auf den Drachen von uns geschossen. Baga Farah, guck du mal bitte ganz, ganz schnell jetzt die ganze Zeit mit K, ob sie kommen oder nicht. Wäre übelst wichtig. Oder? Guckst du? Baga Farah, der ist auf Mute. Warum? Ja, weiß er nicht. Weil er gerade spannend ist. Muss er die Augen zumachen. Ja. Alter, ich baue hier gerade die Turrets. Die bauen zu uns Wände zu, dass wir nichts mehr sehen. Macht nichts. Und sie schießen von irgendwo zurück. Ich habe einen Hit abbekommen. Aber ich sehe nicht von wo. Baga Farah, die haben dich, glaube ich, gesehen, ne? Ich baue so schnell ich kann. Von dem Drachen in Schalek. Sag, wenn sie kommen, ja? Hier steht ein Drache über uns, ein grüner. Baga Farah! Von denen oder was? Ja. Kannst du die Range schon mal überall auf High machen? Jawohl. Das wäre geil. Schießen, wenn wir dann fischen, schießen dann auch auf uns. Äh. Passiert nicht. Feine Sorge. Das ist ein Renderfehler. Was? Die teleportieren sich nicht. Die Render, das ist ein Renderfehler. Glaub ich. Ja. Wir schießen auf den Drachen von uns, Alex. Woran erkennst du das? Ja, weil es so komisch gerade eben war. Das kann man nicht cheaten. Range High. Range High. Hast du schon alle gemacht? Das hier noch. Range High. Okay, dann sind wir hier erstmal. Oh, Adon, ich habe den Drachen weggepackt. Genau. Ich fack noch hier ein bisschen was wieder in den Drachen zurück, dass ich hier nicht volle Lutze. alles am Start habe. Aber ja, Sniper durchladen und go. Ich habe komplett am Start alles. Ja, sehr gut. Oh, sie schießen, sie schießen, sie schießen, sie schießen. Drauf snipen. Drauf snipen. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Giftdrache. Ist gerade weggeflogen, macht nix. So. Auf welchen schießen wir? Welchen nehmen wir zuerst? Nimm den Feuerdrauchern zuerst. Welcher? Feuer, rot. Ja, da sind zwei. Dunkel, hell. Keine Ahnung. Nimm den Spiker. Der hinterher, das ist. Achtung, die snipen da zurück. Die sind gerade auf dem Dach. Sie kommen, die kommen, die kommen. Geh mal auf deinen Drachen kurz. Geht so. Ist jetzt nichts. Hart und beraubend ist. Ja. Bei mir nicht. Okay, komm nicht. Vielleicht sollten wir uns zum Sniper unter unsere Drachen stellen. Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Da kommt n, da kommt n Drachen. Ja, 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 ich hab's gesehen. Der will bestimmt von hinten kommen. Setz dich mal auf den Drachen auf. Hey, lol. Die Turtles haben mich einfach nicht abgeschossen. Der wollte drappen, hast du gesehen? Ja, ja. Alex, wo ist der Spieler hingerannt? Der dreht nur runter. Oben drauf, er ist obendrauf gehopst. Ganz oben? Äh, ja, vor die, ähm, Forges. Jetzt setzen wir jetzt hier unten hin. Hier kriegt er mich unmöglich gegrappt. Die sind jetzt beide mit Drachen unterwegs. Ja, ja. Die versuchen das jetzt hier zu deffen. Könnt ihr was machen? Bei uns ist gerade, äh, tote Buxel. Ja, ja, haben sie bei uns zugebauten mit, ähm, Wänden. Umparken könnte auch nicht. Scheiße, was fliege ich hier so weit weg. Ja, ich weiß. Können wir hochklettern irgendwie? Ja, scheiße, das ist nicht ohne hier. Warum seid ihr beide mit Blitz, äh, Giftdachen unterwegs? Mit Blitz sind wir unterwegs. Hier greifen sich zwei Gift an, gerade. Ja, hab ich nix. Wir können halt gerade nicht snipen. Ja. Von denen sind, also da sind gerade zwei Giftdachen und ein Feuerdrachen in der Luft. Ja, 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 die sehen wir ja. Die fliegen ja auch bei uns lang. Aber machen können sie nix. Alexa, das ist gefällig da oben, ne? Okay, äh, Baggerfahrer. Snipe du mal. Such dir einen Drachen raus und snipen. Ich pass auf und sag, wenn einer kommt. Mit dem Compound schießt er? Ja, ja, ja. Okay, da ist der Gift, da ist der Gift. Die werden auf ihren Beinen... Oh, du hast den Gift getroffen, wo er drauf sitzt, Alter. Wie gut bist du denn? Du hast den Impfflug getroffen. Wir sehen von hier oben nichts, Alter. Könnt ihr euren Stuff abbauen und neu abbauen, oder? Wir können den Generator nicht abbauen. Achtung, 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 da ist einer. Der hat ja dich fast getroffen. Warte, da gibt es einen Trick. Das war so knapp, ich hätte ihn fast geröstet, Alter. Wäre er dann noch ein bisschen länger geblieben. Dann wäre es das gewesen, Alter. Der grüne Drachen steht wieder so, dass wir rauf können, Alter. Dann schießt. Ich sag dir wieder, wenn einer kommt. Ja, mach, mach. Ich sag dir, wenn der Feuer wieder kommt, weil der wird sich wieder ansprechen. Der hat sich nämlich gerade an der Felskante versteckt und hat versucht, da ist er, Feuer zu spucken. Ja, der ist der Sniper's broke. Ja, ich hab auch so einen. Hä, ich hatte doch eben durchgeladen, Alter. Die snipen zurück, Achtung. Ich setze mich auf den Drachen einfach. Ja, der Drache wird sehr verreckender, wenn ich... Jo, pass auf, die snipen, ne? Bleib ein bisschen in Bewegung, bitte. Nicht, dass du jetzt hier recken gehst. Jawohl. Er hat einen. Wir haben einen Poison Whiff an der will 132 weg. Das funktioniert, Alter. Das ist gut. Das ist richtig gut, Alter. Nice. Wir haben eventuell bald auch einen. Geil. Ist das geil, Alter. Sind wir mal die Ersche, ey. Das hätte ich nie gedacht, dass wir mal so eine Aktion bringen, Alter. Ja, aber... Ich schiebe den Poison um. Der snipet auch auf uns. Ich schiebe auf den, äh, Feuer, den vordersten. Der ist übelblutig hier. Nein, ich lade nach. Der Poison, der da rumfliegt, ist richtig... Ich schiebe auf den... Wir schießen beide auf den ersten Feuer, okay? Ja, auch. Also von uns aus. Ich sehe den Poison. Ich schiebe drauf, ich schiebe drauf, ich schiebe drauf. Der blutet übel. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Er frisst, er frisst. Oh, ist das... Oh, der kommt, der... Oh, der kommt da an. Ne, ne, der fliegt weg. Der wird hier nicht kommen. Boah, ich wurde gegen gesniped. Ja, das war ich, das war ich. Achso. Äh, hier, Baggerfahrer, lass uns den ersten, den Dunkel, der so ein bisschen grau auch aussieht, den Feuerdrachen nehmen. Der wird hier gleich wieder ankommen, na? Boah, die snipet, die snipet. Ja, ich glaube, der bringt... Ich schiebe auf den Kopf, das macht echt mehr Schaden. Easy. Da ist er. Ich schüttet den, den da nicht, Alex. Der, der ist jetzt auf ihm, der ist auf ihm. Der hat einen desinkt oder so. Er liegt da, er liegt da. Habe ihn getroffen, habe ihn getroffen. Er hat keine Brust mehr an. Drauf, einfach drauf. Jetzt wieder auf den Feuerdrachen, sobald der da wieder einen Schwanz einzieht. Okay, der Feuerdrache haut auch ab. Okay, Feuerdrache haut auch ab, Jungs. Jawohl. Pass auf, pass auf, pass auf. Der, 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 der Poisonerge da gelandet ist. Er ist fast tot. Dann schieß drauf. Ich gebe dir Deckung, die fliegen hier wieder mit Dinges rum. Ich schieße mal einen Feuerpfeil rein. Hinten, Alex. Der Poisondrache landet da wieder. Achtung, Feuer, Feuer. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hinter uns ist der Feuer. Ja, wieder einer down. 138er Poison ist auch weg. Hier hat hinter uns einen Feuerdrache. Pass auf. Der dreht. Der dreht, der dreht, der dreht, der dreht, der dreht. Wenn der kommt, dann fliegst du los und einfach instant nach unten. Ja, weil der wird grabben und der kann so schnell nicht reagieren. Der kann so einen Kurs nicht so schnell reagieren. Echt? Alter, wir zermürben die einfach weg.